Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr die Theodor-Heuss-Lecture halten darf, zu der Sie mich eingeladen haben. Ich wäre gerne bei Ihnen jetzt in Stuttgart, das bin ich leider nicht. Ich trage Ihnen virtuell vor aus dem häuslichen Arbeitszimmer, da ich mich derzeit aus Gründen, die Sie sich vorstellen können, Sie hängen natürlich mit der Pandemie zusammen, in einer häuslichen Quarantäne befinde und nicht reisefähig bin und deshalb auf diesem Wege zu Ihnen spreche. Ich freue mich sehr über die Einladung durch die Bundespräsident Theodor-Heuss-Stiftung und die Universität Stuttgart und wie gesagt, ich wäre sehr gerne jetzt bei Ihnen beziehungsweise bei der Hybrid-Veranstaltung, die eigentlich geplant war, aber wir sind ja quasi mitten im Thema, wenn die Pandemie es ist, die das gerade verhindert. Mitten im Thema deshalb, weil das Thema meiner Vorlesung lautet Offenheit, Freiheit als Form der Gesellschaft. Es geht um Freiheit und das ist eines der wichtigsten Themen, die durchaus im gesellschaftlichen Diskurs, aber auch im politischen und rechtlichen während der Pandemie zurzeit geführt werden. Und insofern haben wir eine hohe Aktualität, aber ich werde versuchen, gar keinen aktuellen Vortrag zu halten. Also es wird nicht um die Pandemie gehen, sondern ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, dass das, was ein Soziologe, der ich ja bin, über die moderne Gesellschaft sagen kann, mit der Frage der Freiheit unmittelbar verknüpft ist. Dabei lautet meine These nicht, dass gesellschaftliche Ordnung, die ja immer eine Ordnung ist, die unsere Handlungsmöglichkeiten auch einschränkt, gegen die Freiheit aufgewogen werden muss oder Ordnung und Freiheit womöglich zwei Größen sind, die sich wechselseitig widersprechen oder zumindest in einer Spannung stehen, sondern meine These wird sein, dass Freiheit selbst die Form der modernen Gesellschaft ist. Und das möchte ich Ihnen in dieser Lecture nun nahebringen. Ich werde mein Argument, das am Ende ein gesellschaftstheoretisches Argument sein wird, in sechs Schritten nahe bringen. Der erste Schritt beschäftigt sich mit der Frage des Verhältnisses von Freiheit und Pflicht beziehungsweise Freiheit und Vernunft. Sie hören hier schon selbst mit, dass es da durchaus auch um Fragen geht, die in der philosophischen Tradition diskutiert werden, die sich ja sehr stark mit der Freiheit beschäftigt hat. Der zweite Punkt wird sich beschäftigen mit dem Verhältnis von Freiheit und einer Welt, die schon da ist. Also die Welt ist da, wir werden in diese Welt hineingeboren, das ist nicht ein Akt unserer eigenen Freiheit. Und wie verhält sich eigentlich die Existenz, man könnte sagen, die Faktizität der Welt mit der Möglichkeit von Freiheit. Mein dritter Punkt wird die Frage beantworten, ob Freiheitsgrade und Ordnungsbildung eigentlich zusammenzudenken sind. Die Grundidee wird darin bestehen, dass Ordnungsbildung womöglich sogar die Voraussetzung für angemessene Freiheitsgrade ist. Und der vierte Punkt wird sich mit einem Begriff beschäftigen, der in der Moderne außerordentlich wichtig ist, nämlich mit dem Kommunikationsbegriff. Wie verhält sich eigentlich Kommunikation als ein Medium der Freiheit, wie ich es gleich argumentieren werde mit Ordnung. Und die beiden letzten Punkte, Nummer fünf und Nummer sechs, werden das gesellschaftstheoretische Argument stark machen, das ich schon angedeutet habe. Fünftens heißt Offenheit und der sechste Punkt wird Freiheit als gesellschaftliche Form beschreiben. Ich beginne, wie angekündigt, mit der Frage des Verhältnisses von Freiheit und Pflicht, beziehungsweise Freiheit und Vernunft. Und ich beginne mit einem kleinen, sehr einfachen Experiment, das all diejenigen unter Ihnen oder unter uns sehr gut nachvollziehen können werden, die Kinder haben. Also Kinder sind Menschen, für die wir verantwortlich sind als Erwachsene, als Eltern. Und wir haben oft das Problem, zu entscheiden, wann wir Kinder in ihrem Alltagsverhalten in die Freiheit entlassen. Ich habe absichtlich so formuliert, dass die Freiheit hier offensichtlich etwas ist, was aus Verantwortungsgründen überlassen werden muss. Das Experiment lautet folgendermaßen. Denken Sie darüber nach, wann Sie ein Kind alleine auf die Straße gehen lassen und darauf vertrauen, dass das Kind nicht einfach auf die Straße rennt, sondern zunächst nach links und dann nach rechts guckt und erst dann über die Straße rennt oder geht, wenn kein Verkehrsteilnehmer, Auto, Fahrrad oder ähnliches zu sehen ist. Also wann vertrauen wir darauf, dass die Eigenentscheidung, die Eigenverantwortung, die Entscheidungsfähigkeit eines Kindes groß genug ist, sein Verhalten so stark einzuschränken gegen eine womöglich viel stärkere Willkür oder einen viel stärkeren Willen oder einen viel stärkeren Wunsch, damit es alleine entscheiden kann, wann es auf die Straße tritt. Sie mögen sagen, das ist ein sehr simples Beispiel, aber es ist kein simples Beispiel, weil es tatsächlich zum einen sehr erhebliche Folgen haben kann, zum anderen genau abbildet, worum es eigentlich geht, wenn wir über Freiheit sprechen im Hinblick auf Pflicht und Vernunft. Die Fähigkeit zur Freiheit, das bedeutet immer, man kann sagen, in der gesamten Tradition des Nachdenkens über Freiheit, dass der einzelne Mensch in der Lage ist, sein Handeln selbst zu bestimmen, selbst die Kriterien zu bestimmen, was er oder sie tut, dass also Freiheit immer davon abhängig ist, dass der Einzelne zwar selbst entscheidet, aber richtig. Also richtig heißt, eine Pflicht womöglich im Kopf hat, für die er sich dann selbst frei entscheidet. Und was ich hier in diesem kleinen Beispiel beschrieben habe, ist insofern sehr lebensnah, als wir solche Situationen ja kennen, dass wir eigentlich erst dann ein gutes Gefühl haben, Kindern ihre Freiheit zu lassen, wenn wir einigermaßen vertrauen, dass ihre Entscheidungen so verantwortlich sind, dass sie sich nicht selbst gefährden oder andere gefährden. Und das Beispiel mit dem Auto auf der Straße oder mit dem Straßenverkehr, mit dem Rennen auf die Straße ist ja ein kleines Beispiel. Aber Kindererziehung hat eigentlich permanent mit der Frage zu tun, ob wir vertrauen, dass die Kinder das Richtige tun, wenn wir selbst nicht dabei sind. Das endet übrigens im Lebensverlauf nicht, selbst wenn die Kinder größer werden. Das bedeutet übrigens nicht, dass von vornherein bereits festgelegt ist, was das richtige Verhalten ist, sondern wir billigen Menschen Freiheit oder freiheitliche, selbstbestimmte Entscheidungen zu, wenn wir das Vertrauen haben, dass diese Entscheidung durch den Entscheider selbst auch verantwortet und getragen werden kann. Das bildet ab, eine Diskussion, einen Diskurs, einen philosophischen Diskurs der Freiheit und Pflicht tatsächlich zusammendenkt. Wenn Sie an Immanuel Kant in seiner praktischen Philosophie denken, dann geht es Kant tatsächlich um die Frage, dass jegliche Frage der praktischen Philosophie und der Moral davon abhängig ist, dass wir zunächst einmal die Freiheit des Menschen voraussetzen, als Möglichkeit, als Bedingung, um überhaupt so etwas wie Moral denken zu können. Wir können nur das moralisch Richtige tun, weil wir auch etwas anderes tun könnten. Und das ist die Herausforderung unserer Freiheit, das Vernünftige zu tun. Kant sagt, frei sind wir nur, wenn wir aus Vernunftgründen handeln. Vielleicht würden wir das heute nicht mehr so formulieren, sondern sagen, frei sind wir vor allem dann, wenn wir zu den Kriterien stehen können, die die Maxime unseres Handelns ausgemacht hat. Und diese Einschränkung ist ganz wichtig. Sie zeigt uns, dass Freiheit etwas anderes ist als bloße Willkür und sie zeigt auch, dass womöglich die Einschränkung einer unmittelbaren Willkür Freiheitsgrade eröffnen könnte. Aber dazu komme ich noch später. Zunächst zu meinem zweiten Punkt, der da heißt Freiheit und Welt, also das Verhältnis einer Freiheit zu einer Welt, die bereits existiert. Niklas Luhmann hat einmal die schöne Frage gestellt, wie können wir eigentlich Freiheit in eine Welt denken, die schon da ist? Wenn ich an mich selbst denke, dann ist vieles von dem, was in meinem Leben stattfindet, das Ergebnis meiner eigenen freien Entscheidung. Zum Beispiel die Berufswahl oder sogar die Frage, was ich ästhetisch schön finde oder wie ich an Gott oder die Götter glaube. Aber vieles auch nicht, zum Beispiel meine Existenz. Ich bin in Tübingen geboren, in eine Familie hinein, die ich mir nicht ausgesucht habe. Tübingen ist gar nicht weit von Stuttgart entfernt, also näher an Stuttgart, als ich jetzt bin. Diese Bedingung meiner Existenz ist nicht das Ergebnis einer freien Entscheidung, sondern ich werde in eine Welt hineingeboren, die schon so ist, wie sie ist. Ich habe eine Muttersprache, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Ich bin in eine Konfession hineingeboren, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Und ich bin mit gesellschaftlichen Chancen ausgestattet worden, die ich nicht selbst durch eigene Entscheidung erworben habe. Ich bin zum Beispiel in eine vergleichsweise bildungsnahe Familie hineingeboren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass ich einen Beruf, wie ich ihn jetzt habe, auch ergreifen konnte. Und ich bin auch in eine Familie hineingeboren, die ökonomisch so stabil war, dass ich womöglich eine riskantere Karriere in Angriff genommen habe, als das womöglich andere tun, die früher in ihrem Leben schon kennen, dass es durchaus ökonomische Restriktionen gibt. Das ist für einen Soziologen ja eine Selbstverständlichkeit, das so zu beschreiben. Aber man sieht gewissermaßen, dass vieles von dem, was uns ausmacht, nicht das Ergebnis unserer freien Entscheidung war, dass wir aber trotzdem in einer Welt leben, in der wir Entscheidungsmöglichkeiten haben. Also Entscheidungsmöglichkeiten heißt, das, was ich nicht frei entschieden habe im Hinblick auf mein eigenes Leben, hat mich nicht vollständig determiniert, sondern alles, was ich in diesem Leben mache, wird mir letztlich als Entscheidung zugerechnet. Ich versuche, das meinen Studierenden an einem Beispiel immer festzumachen, indem sie etwa sich vorstellen sollten, dass sie mit einem Aufnahmegerät für die empirische Sozialforschung, also Interviews zu führen, mit einer Zeitmaschine ins Mittelalter versetzt werden und dort zum Beispiel einen Bauern fragen sollen, wann er sich entschieden hat, ein Bauer zu werden. Und diese Frage würde womöglich von diesem Bauern gar nicht beantwortet werden können, weil er sich niemals entschieden hat, Bauer zu werden, sondern es ist relativ klar, durch das Haus, in das er geboren ist, durch die Position in der Geschwisterreihe, je nach Erbrecht in den unterschiedlichen Regionen der damaligen Zeit natürlich sehr unterschiedlich organisiert oder wo auch was auch immer an sozusagen Strukturen bereits vorgegeben war, sein Leben bereits so stark festgelegt ist, dass es relativ wenige Entscheidungen gibt, die ihm selbst zugerechnet werden. Heute werden uns sogar die Dinge zugerechnet, die wir gar nicht selbst wirklich entscheiden konnten. Wir müssen zum Beispiel in der Lage sein, in dieser Welt, die es schon gibt und die viel vorgegeben hat, unser Leben als Biografie so zu beschreiben, dass wir eine Logik darin sehen und eine Entscheidungskette beschreiben können, die ja Ausdruck sowohl unserer Freiheit ist, als auch der Restriktionen einer Welt, in der wir uns immer schon befinden. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass wenn wir über Freiheit diskutieren, wir stets über den Rahmen diskutieren, innerhalb dessen Entscheidungen möglich sind. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, wie sich Freiheitsgrade und Ordnung zueinander verhalten. Ich bin ein Systemtheoretiker. Die Systemtheorie ist eine interdisziplinäre oder besser transdisziplinäre Denkungsart, die sowohl in den Naturwissenschaften, etwa in der Biologie vorkommt, aber auch in den Neurowissenschaften, in der Bewusstseinstheorie und auch natürlich in der Theorie sozialer Systeme, also mit, die sich mit Systemen beschäftigt, in denen Ordnungsbildung in der Zeit stattfindet. Also in denen sich Ordnung dadurch aufbaut, dass der Anschluss von Ereignissen zu Strukturen führt, die bestimmte Anschlüsse wahrscheinlicher machen und andere Anschlüsse unwahrscheinlicher machen. Die Freiheitsgrade in Systemen sind immer geringer als in ihrer Umwelt. Das heißt, ein System legt mehr oder weniger mit, man kann das mit stochastischen Modellen dann messen, mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten fest, wie denn so etwas wie Ereignisreihen weitergehen. Also wenn wir etwa an die Veranstaltung denken, wenn sie mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Stuttgart stattgefunden hätte und nicht in der Form wie jetzt, dann werden wir in einem großen Hörsaal der Universität Stuttgart und würden dort in Stuhlreihen sitzen und darauf vertrauen, dass die Menschen, die da sind, weniger Handlungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, als sie in diesem Moment realisieren könnten. Also, dass sie sich nach zunächst einmal Gesprächen, wenn sie sich treffen, hinsetzen und in dem Moment ruhig werden, wenn derjenige, der die Veranstaltung eröffnet, nach vorne geht und begrüßt. Sie kennen das, dass wir da Handlungskoordination unter vielen Menschen, die sich nicht kennen, die sich womöglich noch nie gesehen haben, die Fremde füreinander sind, ermöglichen. Dadurch alleine, dass in einem bestimmten Setting, in einem System, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Handlungsformen eingeschränkt wird, was die Freiheitsgrade für bestimmte Tätigkeiten erhöht. Eine Vortragsveranstaltung würde sich ihrer eigenen Freiheit berauben, einen Vortrag zu hören, wenn die Menschen sich nicht an ein geradezu ungeschriebenes Skript halten würden und dieses Skript abarbeiten müssten, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Systeme sind also immer weniger komplex und haben weniger Freiheitsgrade, als möglich wäre. Und diese Idee, dass Ordnung immer bedeutet, dass Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, ist etwas, was eine große Herausforderung für das Denken von Freiheit ist. Freiheit hat immer damit zu tun, wie wir Handlungsmöglichkeiten, alternative Handlungsmöglichkeiten in Situationen haben, die bereits vergleichsweise stark festgelegt sind. Dass es so ein anspruchsvolles Thema ist, über Freiheit nachzudenken, liegt unter anderem darin, dass wir durch die gesellschaftliche Entwicklung zu immer mehr Entscheidungen, man könnte fast sagen, gezwungen werden, zu freien Entscheidungen, die sich in einer Welt bewähren müssen. Also alles, was wir tun, wird uns zugerechnet. Und die Ordnung der Gesellschaft ist eine, die damit zu tun hat, wie wir einerseits die Freiheit der Menschen untereinander miteinander vermitteln können und wie die Ordnung, die da ist, die Freiheitsmöglichkeiten der Einzelnen nicht negiert. In der Tradition ist das so diskutiert worden. Ich nehme nur ein einziges Beispiel, nämlich die berühmte, das berühmte Limit von John Stuart Mill, das in seiner Schrift On Liberty über die Freiheit folgendermaßen formuliert ist. Er sagt, ich zitiere, dass der einzige Grund, aus dem die Menschheit einzeln oder vereint, sich in die Handlungsfreiheit eines ihrer Mitglieder einzumischen befugt ist, sich selbst zu schützen. Dass der einzige Zweck, um dessen Willen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf, die Schädigung anderer zu verhüten. Jetzt eine sehr aktuelle Frage, die sich etwa damit beschäftigt, ob eine Impfpflicht, die ja gerade diskutiert wird, mit Freiheitsrechten kompatibel ist. Das ist eine Einschränkung individueller Freiheit, aber ermöglicht womöglich stärkere Freiheiten dadurch, dass eine Impfpflicht oder zumindest die Erhöhung der Impfquote dazu führt, dass Veranstaltungen nicht abgesagt werden müssen oder sogar verboten werden müssen. Also Sie sehen, ich werde jetzt gar nicht einen Diskurs darüber halten, ob es sinnvoll ist, eine Impfpflicht zu machen oder nicht. Das ist nicht der Gegenstand dieses Vortrages, sondern die Spannung, in der diese Frage steht, ist die Spannung zwischen der individuellen Freiheit und der Auswirkung der individuellen Freiheit und ihrer Rechte auf die Freiheit anderer, die wir übrigens voraussetzen müssen, damit soziale Ordnung möglich ist. Also noch mal ein einfaches Beispiel. Ich bin als Soziologe sehr davon überzeugt, dass man die Dinge an kleinen Beispielen, nicht an den großen pathetischen, beschreiben muss. Das kleine Beispiel ist der Straßenverkehr. Also die Rechts-vor-Links-Regel schränkt meine Handlungsmöglichkeiten ein. Also ich soll, wenn ich an eine entsprechende Kreuzung komme, die Geschwindigkeit runternehmen und bremsbereit sein. Das funktioniert nur, wenn mein Partner im Straßenverkehr, der von rechts kommt oder von links kommt, diese Regel nicht nur auch kennt, sondern sich auch entsprechend einschränken lässt und dann in der Lage ist, Handlungskoordination dadurch zu erreichen, dass wir nicht mit reiner Willkür arbeiten, sondern in der Lage ist, die Freiheitsgrade, die wir haben, an eine bestimmte Form von Ordnung anzuschließen. Und das Herausfordernde der Freiheit besteht darin, dass unser Verhalten eben nicht festgelegt ist, sondern dass die Ordnung, in der wir leben, dazu dienen soll, möglichst viele individuelle Entscheidungen auch selbst treffen zu können. Das ist das Entscheidende. Und deshalb ist das Verhältnis von Freiheitsgraden und Ordnung ein kein triviales Verhältnis, weil viele unserer Ordnungsleistungen, die wir in der Gesellschaft haben, die Freiheitsgrade durchaus erhöhen können. Denken Sie zum Beispiel an parlamentarische Verfahren, die sehr stark in ihrer Verfahrensordnung eingeschränkt sind, um die Freiheit zu ermöglichen, dass jeder und jede, die zum Thema gehört werden müssen, auch gehört werden können. Oder denken Sie an Rechtsverfahren, deren Ordnung ja unter anderem darin besteht, alle Parteien an einem Prozess beteiligen zu können. Oder denken Sie an so etwas wie eine akademische Ordnung, in der wir in der Lage sind, uns gegenseitig zuzuhören, damit sich bessere Argumente durchsetzen können und wir die Freiheit haben, den anderen angemessen zu kritisieren. Oder denken Sie an die Ordnung einer Vortragsveranstaltung, bei der wir unser Verhalten so einschränken müssen, dass die Vortragsveranstaltung tatsächlich stattfinden kann. All die Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind Beispiele, in denen kommuniziert wird. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Wenn man sich die Geschichte der sozialwissenschaftlichen, sozialphilosophischen und philosophischen Theorien der letzten 200 Jahre ansieht, in denen es um Ordnungsfragen geht, dann kommt in vielen dieser Theorien der Begriff der Kommunikation vor oder der Interaktion. Also das reflektiert auf eine Gesellschaft, die immer mehr von einer starren Herrschaftsordnung auf Kommunikation umstellt. Also darauf, dass es Kommunikationsprozesse sind, in denen Ergebnisse erzielt werden sollen. Was ist Kommunikation? Kommunikation ist nicht einfach die Übertragung eines Bewusstseinsinhaltes von Kopf A in Kopf B, sondern Kommunikation ist der Versuch, sozusagen dem anderen gegenüber eine Offerte zu machen, auf die dieser oder diese dann reagieren kann. Und das Interessanteste an Kommunikation ist eigentlich das, dass ich mit meinem kommunikativen Akt, also mit der Offerte, die ich hier mache, nicht kontrollieren kann, was mein Kommunikationspartner damit macht. Das kennen wir alle. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, wenn wir eine Verhandlung über Preise führen, wenn wir argumentieren, dann haben wir Angebote. Wir stellen uns auch vor, was ist die wünschenswerte Antwort, die wir darauf bekommen. Wir bekommen aber meistens andere Antworten als die, die wir uns vorstellen. Und das macht das Interessante, aber auch das Riskante an Kommunikation aus. Man kann eigentlich sehr schön sehen, dass je weniger liberal eine Gesellschaft ist, desto weniger setzt sie auf Kommunikation. Also Kommunikation heißt ja immer, es ist die Möglichkeit des Widerspruchs. Denken Sie nur an die Demokratie, die den Widerspruch in Form der Opposition sogar institutionalisiert hat. Oder denken Sie an liberale Abwehrrechte dem Staat gegenüber, die es den Bürgern erlaubt, den Staat zu kritisieren. Oder denken Sie an die Möglichkeit in der Wissenschaft, sich wechselseitig zu kritisieren, um zum besten Argument zu kommen. Und das Interessante an Kommunikation ist, dass sie ein Mechanismus ist, der Prozesse in Gang setzt, bei denen niemand der eigentliche Kontrolleur ist. Also der eigentliche Kontrolleur heißt, man kann Kommunikationsprozesse nur eindeutig kontrollieren, wenn man vollständige Kontrolle über die Kommunikationspartner hat. Aber das hat in einer modernen Gesellschaft fast niemand, es sei denn, er übt Gewalt aus. Dass Diktaturen oder politische und religiöse Fundamentalismen vor allem moderne Erscheinungen sind, hängt genau damit zusammen. Da muss viel Energie aufgewandt werden, um Kommunikationsprozesse so stark einzugrenzen, dass sie ihren internen Freiheitsgrad, den sie haben, im Sinne einer kontingenten Anschlussfähigkeit von Kommunikation unterbinden können. Das heißt auf Deutsch, das riskanteste ist, wenn Menschen frei kommunizieren, weil dann niemand kontrollieren kann, was in dem Kommunikationsprozess herauskommt. Kommunikation ist ein Mechanismus der Offenheit. Und das ist es ja, worauf ich hinaus will. So heißt ja auch der Vortrag. Offenheit. Was bedeutet eigentlich Offenheit? Ich will Ihnen das ganz kurz erläutern an einem gesellschaftstheoretischen Argument. Das ist mein Beispiel, dass sich intern Logiken oder Funktionssysteme oder Funktionen, man könnte sagen Problemlösungstools ausdifferenzieren, die durch ihre Ausdifferenzierung mehr oder weniger, zumindest was ihre Logik angeht, selbstständig werden. Also man kennt diese Emanzipationsprozesse. Politik muss keine religiösen Probleme mehr lösen. Ja, das Ökonomische hat sich von vielen anderen Tugendfragen letztlich abgelöst und muss vor allem ökonomische Probleme lösen. Wissenschaft muss keinem Herrscher dienen, sondern hat vor allem Wahrheitskriterien als das Kriterium für das Entscheidende. Das Rechtssystem, das muss für die, muss sozusagen eigene Regeln ausbilden und diese eigenen Regeln anwenden und selbst diejenigen, die die politische Macht haben, müssen zumindest in Demokratien sich an das gleiche Recht halten, wie diejenigen über die Macht ausgeübt wird. Und die Kunst produziert ganz eigene Kriterien darüber, was künstlerisch wertvoll oder schön ist. Und das wird nicht mehr religiös oder politisch oder wie auch immer festgelegt. Es gibt immer die Versuche, solche Dinge festzulegen, aber das sind fast pathologische Formen der modernen Gesellschaft, also wo man versucht, die Gesellschaft vollständig durchzupolitisieren, indem zum Beispiel politisch festgelegt wird, wie man an die Götter glaubt oder wie man, was man wissenschaftlich für wahr hält oder was ästhetisch schön ist. Oder die Pathologie könnte auch darin bestehen, dass aus allem eine ökonomische Frage gemacht wird. Also eine wissenschaftliche Theorie ist nicht dadurch gut, dass ich sie gut verkaufen kann, sondern sie muss einen Wahrheitsanspruch in irgendeiner Weise erfüllen können. Wir können auch übrigens nicht wissenschaftliche Fragen oder ästhetische Fragen demokratisieren. Also nichts ist wissenschaftlich dadurch wahr, dass die Mehrheit es wahr findet, sondern man muss wissenschaftliche Gründe dafür finden. Das gilt übrigens auch für ästhetische Fragen oder für religiöse Fragen. So, die Entkoppelung dieser Logiken hat einen Effekt, nämlich, dass diese Logiken selbst eine Form von Eigenständigkeit gewinnen, in denen sie sehr, sehr kreativ werden können. Also die moderne Gesellschaft, wie wir sie kennen, seit 250 Jahren ungefähr, zeichnet sich ja dadurch aus, dass diese unterschiedlichen Teile sehr kreativ geworden sind. Sie sind sehr innovativ, sie bringen immer wieder Neues hervor. Sie sind in der Lage, gewissermaßen ihre eigenen Grenzen dadurch zu sprengen, dass sie sich nur an ihre eigene Logik halten. Also wenn Sie Beispiele dafür haben wollen, denken Sie nur an die wissenschaftliche Entwicklung der Moderne. Ja, was wir alles wissenschaftlich und technisch ins Werk gesetzt haben, das ist ja nur deswegen möglich gewesen, weil Wissenschaft zunächst einmal nur wissenschaftliche Probleme lösen muss. Oder denken Sie an die Entwicklung der Demokratie. Die Demokratie ist eine Staatsform, eine Staatsform, die in der Lage ist, Innovationen dadurch zu erzeugen, dass der demokratische Prozess selbst ergebnisoffen ist, also eine Offenheit besitzt. Sie erinnern sich, ich habe die Kommunikationsprozesse stark gemacht. Das sind alles Bereiche, in denen durch Kommunikation Beteiligung entsteht, in der etwas Neues hervorgebracht wird, das sich nicht eindeutig aus dem deduzieren lässt, was vorher galt. In früheren Herrschaftsformen war das so. Heute ist das nicht mehr so. Was ich über die Wissenschaft gerade gesagt habe, gilt auch, wissenschaftliche Prozesse, Forschung muss ergebnisoffen sein. Und sie ist ergebnisoffen. Sie können kein Ergebnis sozusagen ein für allemal festlegen, sondern es gibt immer noch die Möglichkeit der Kritik. Oder denken Sie an Künstlerisches. Künstlerisches muss immer abweichen und immer ergebnisoffen sein. Niemand kann von vornherein sagen, was ein angemessener ästhetischer Prozess ist. Das gilt sogar fürs Religiöse, bei dem es Kirchenorganisationen immer schwerer fällt, die Form des Religiösen und des Spirituellen, die für Menschen heute relevant ist, von vorne herein festzulegen. Der Katechismus ist als ein Text, eine Textform nicht ergebnisoffen. Die Praxis der Gläubigen schon. Und meine These ist, dass die moderne Gesellschaft als funktional differenzierte Gesellschaft, gerade weil diese Logiken sich voneinander entkoppelt haben, eine inhärente Offenheit haben. Diese Gesellschaft lässt sich nicht festlegen auf eine Möglichkeit, sondern sie denkt immer in Alternativen und zwar vor allem innerhalb ihrer jeweiligen Funktionssysteme. Sie wäre nicht wissenschaftlich, ästhetisch, politisch, auch rechtlich, auch medial so kreativ, wenn sie Stopp-Regeln hätte, die die Ordnung so einschränken, dass von vornherein klar ist, was am Ende dabei herauskommt. Ich folge da übrigens einer amerikanischen Ökonomin, Deirdre McCloskey, die ich sehr verehre, weil sie eine sehr spannende Theorie geschrieben hat. Sie sagt, sie beschreibt es zunächst am ökonomischen. Was ist eigentlich das Besondere eines liberalen Marktes? Das Besondere eines liberalen Marktes ist nicht, dass er alle Probleme löst in der Gesellschaft. Das tut er nicht. Märkte produzieren auch Probleme. Aber das Besondere am Markt ist, dass wir dort immer wieder Verbesserungen finden, die nicht durch die erzeugt werden, die Anbieter sind, sondern durch die Nachfrage. Sie spricht von Trade-Tested Betterment, durch gewissermaßen das Angebot selbst vor einem Publikum sich zu bewähren habende Form, bei der sich das durchsetzt, was sich vor dem Publikum durchsetzt. Und das kann man übertragen auch auf andere Bereiche der Gesellschaft. Ja, also diese Idee der Freiheit, der Offenheit, der Ergebnisoffenheit ist etwas, was wir auch in der Demokratie kennen. Die Demokratie muss sich vor einem Publikum bewähren. Das ist nicht festgelegt, was das Richtige ist. Die Wissenschaft muss sich vor der gelehrten Republik bewähren. Man muss seine Ergebnisse der Kritik stellen. Die Kunst muss sich einem kundigen Publikum stellen und wird kritisiert. Die Kunstkritik wird total unterschätzt. Das ist eine der Kritikformen gewesen, auch in der bürgerlichen Gesellschaft schon, in der man eingeübt hat, auf zivilisierte Form zu sagen, was man eigentlich an bestimmten Werken kritisieren kann und soll. Und man kann das auch übertragen auf andere Bereiche, in denen man feststellen muss, dass die, dass sozusagen die Anschlussfähigkeit durch Kommunikation vor allem an denen liegt, die an diese Geschichten anschließen. Dass diese Gesellschaft durch ihre Offenheit natürlich eine sehr anstrengende Gesellschaft ist, dass es zum Teil keine Stoppregeln gibt, dass es auch Pathologien in dieser Gesellschaft gibt, politische Pathologien in Form von Diktaturen, wissenschaftliche Pathologien in Form von Steuerungseuphorien. Ja, sicherlich auch Pathologien in dem Sinne, dass man die Teile nicht so richtig zusammenbekommt. Das ist klar, aber das macht ja gerade das Kreative dieser Gesellschaft aus. Wir erleben in der Weltgesellschaft zurzeit, dass es durchaus sehr selbstbewusste Kritiker dieses westlich offenen Modells gibt. Ich habe mich selbst ein bisschen beschäftigt mit dem chinesischen Philosophen Cao Tingian, der nicht mehr einfach formuliert, also wir Chinesen, wir sind jetzt für diese westliche Sache nicht gemacht, sondern der sehr selbstbewusst sagt, ihr müsst in den westlichen Demokratien Probleme lösen, die es ohne die Demokratie nicht gäbe. Und meine Antwort darauf ist, so ist es, dass wir diese Probleme haben, ergebnisoffen zu sein, ermöglicht es erst in einer liberalen Gesellschaft zu Lösungen zu kommen, die nicht vorher festgelegt gewesen sind. Während dieser chinesische Philosoph sagt, wir brauchen eher so eine neokonfuzianische Idee eines Baldachins, in dem alles bereits so weit festgelegt ist, dass es vor allem Kommunikation einschränkt. Also Harmonie kann sich ja nur dadurch herstellen, dass man nicht kritisiert. Und das kann kein Gesellschaftsmodell sein, zumindest würde es Offenheit ersticken. Interessant ist übrigens, dass in den Bereichen, in denen China selbst kreativ ist, nämlich ökonomisch vor allem und wissenschaftlich dort Praktiken sozusagen Einzug gehalten haben, die eher dem westlichen Modell der Ergebnisoffenheit entsprechen, während das politisch und kulturell und auch religiös tatsächlich nicht der Fall ist. Für mich ist das fast eine Beweisführung dafür, dass die westliche liberale Idee von Gesellschaftlichkeit, und damit komme ich zu dem letzten Punkt, die Freiheit selbst als gesellschaftliche Form etabliert hat. Nämlich in dem Sinne, dass wir uns moderne Gesellschaften als Systeme vorstellen müssen, die als ergebnisoffene Systeme genau das Problem lösen müssen, mit dem ich am Anfang begonnen habe. Nämlich mit der Frage, wie wir Freiheitsgrade versöhnen können mit der Notwendigkeit einer Ordnung, die es uns ermöglicht, dass wir uns wechselseitig aufeinander verlassen können und durch Kommunikationsprozesse in der Lage sind, diese Form der Einschränkung des Möglichen in eine Form zu bringen, in der wir tatsächlich womöglich manchmal Optionen verlieren, aber nicht unsere Freiheit. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich noch einmal für die Einladung. Das hat mir große Freude gemacht, dies vorzubereiten, und ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Freude gemacht hat, mir zuzuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.